Wremen am Ende. Windgebeugte Bäume, wie geföhnt. Eine Landschaft voller Komplexe. Ein Maschinengewehr meckert dünn. Oder eine Schaffvögel. Tage wie Schonkaffee. Jeder Zwiebelhändler mein Onkel. Völlig unerwartet ist wieder ein Montag angebrochen. Die Füße am Boden festgenagelt. Platt wie ein Puffer. Ohne Fernsehen würde ich kaputt gehen. Untertitelung des ZDF, 2020